Das sind wir wieder. Aufgabe 7 hat sich erledigt. Aber diese Aufgabe... Schauen wir uns an. Der Anführer der Bleiters? Du gehst nicht hin. Natürlich nicht. Wir wollen aber uns den ersten Weltkrieg anschauen. Der Anführer der Bleiters? 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 Der Anführer der Gaben? Der Anführer der Bleiters? Der Anführer der Bleiters? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Auf durch das Zeitportal des ersten Weltkriegs. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich empfange keine ungewöhnlichen Daten mehr. Was hoffst du zu finden? Das war's für heute. 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 Sehr schön, da geht er nieder. Da geht's. Ah, ach ich muss auf den Aussrietfall. Das stimmt hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. den ersten weg Ich bin aber erledigt. Was ist da drin passiert?